Oh, Lexi Ziegel, ey. Was mache ich hier? To be honest about the lies And it seems we feel So threatened by Faces that we've never seen before And it feels like Like we never left home Wir sind angekommen am Reetsee. Wir sind hier am Ferienhaus Neukano zu Gast bei Markus Doofmann. Wir müssen sagen, eigentlich ganz geiler Service. Wir haben ihn mal irgendwie vor drei, vier Monaten angetickert und gesagt, Markus, wir wollen vorbeikommen. Wir haben geile Sachen über deinen See gehört. Ruckzuck wurde man mit WhatsApp-Nachrichten zu bombardiert, Videos, Fotos, alles bekommen. Wir haben richtig geilen Vorgeschmack bekommen auf unseren Urlaub. Und sind jetzt hier. Das Problem ist, wir haben echt, echt heißes Wetter. Und wir haben gestern schon den ganzen Tag geangelt, haben auch Fische gefangen, auch Woppler. Aber die richtig dicke Barschkirche war nicht dabei. Und das versuchen wir jetzt über die Woche. Wenn das klappt, kriegt ihr natürlich was davon mit. Viel Spaß beim Video. Hier werden die dicken Doppeldrills gemacht. Hallo. Schön an der Schilfkante jetzt. Im tieferen Wasser standen sie jetzt nicht. Haben wir es jetzt mal mit Woppler hier im Schilf probiert. Hat gleich funktioniert. Yannick hat auch gerade einen verloren. Und wir rauben sie auch die ganze Zeit. Ich würde mal sagen, weiter geht's. obrete Musik Doch, da ist er, da ist er. Da ist das Ding. Nein! Nein! Da ist das Ding. Nein, nein! Scheiße, das war der Große. Jetzt ist genau das passiert, was nicht passieren durfte. Wir haben unsere Taktik so geändert, dass wir am Ufer hier irgendwie die Schilfkante mit Wobbler abangeln. Aber an den Barschbergen gar nichts geht. Im Moment sind wir das Zeit und es ist allgemein den ganzen Tag über heiß. Ging ganz gut auf. Wir haben ein paar coole Barsche gezockt, Joga, den kleinen Hecht. Und dann haben wir irgendwann ja die Idee gehabt, komm, haben wir die GoPro ins Wasser. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der GoPro sehen konnte. Also da sind welche hinterhergekommen teilweise. Und einmal hatte ich auch einen Fisch, den ich halt gehackt habe, einen Lüttenfisch. Und da kam halt ein großer Barsch nach hinterher, der halt gesehen hat, okay, mein Kamerad hat jetzt hier gerade einen Beutefisch. Und dieser Barsch war echt ziemlich, ziemlich groß. So sah ich jedenfalls von oben aus. Und ich habe gesagt, Joga, hast du ihn gesehen? Ja, den nicht gesehen, weil er natürlich die GoPro in der Hand hatte. Ich weiß nicht, ob der GoPro überhaupt irgendwas erkennbar war. Das Wasser ist hier relativ klar. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr was gesehen habt. Ende der Geschichte war auf jeden Fall, dass Joga dann nochmal mit Gummifisch alles abgeworfen hat da und genau den Barsch wahrscheinlich nochmal gehackt hat. Der war ziemlich groß. Und ja, leider ist er ausgeschlitzt. Das wäre schon mal eine große Kirsche gewesen. Wäre eine geile Story gewesen für unser Video. So ist jetzt eine Scheiß-Story. Aber hier wird jetzt ein bisschen was passiert. Wir angeln jetzt hier weiter die Schilfkante ab, bis wir hin in diesen Flachwasserbereich kommen mit unserem E-Motor. Sind wir natürlich ein bisschen eingeschränkt aufgrund der Geschwindigkeit. Aber ich denke mal so haben wir die besten Chancen, dass wir ausgiebig irgendwie das Areal hier abangeln und noch irgendwas klappt. Leute, wir halten euch auf dem Laufenden. Das war ein ganz geiles System hier. Popper, Fluocarbon dran und dann ein kleines Kopido mit Gewicht sogar noch, damit der Farrer ein bisschen schwerer ist. Jaja hat mir den Tipp gegeben, ach, Fynn mach diesen scheiß Popper ran, den du letztens gebaut hast mit dem Konstrukt. 30 Sekunden, die der Popper auf dem Wasser war und da hing der Fisch schon. So, erzähl mal, was gerade passiert ist. Sag mal, was gerade passiert. Ich wollte auswerfen mit diesem Popper System. Dementsprechend war der Kötter natürlich länger als ich gedacht hatte. Weil mich beim Auswerfen in dieser blöden Route gefälldert, wie auch immer die gehört, weiß ich auch nicht. Und das Böde ist, dass an dieser blöden Route auch noch mal ein Pointer dran hängen. Und natürlich, dass das ganze Vorfach hier abgerissen ist an der Route. Und der Pointer jetzt irgendwo hier im Südschirmt. Also, Rätsel ist die Adresse, wo ihr hin müsst. Hier findet ihr sogar Pointer im Wasser. So, liebe Leute. Wir haben ja am Anfang des Urlaubs gesagt, wir pranken die. Hier ist er. Ich habe ihn vorher abgemacht. Mega stark. Ja. Wusstest du das echt nicht? Nee, ist das der Linge da echt noch dran? Aber das war ja wirklich so, vor allen Dingen, weil diese Schnur hier auch so abgerissen ist. Ich habe so ausgeworfen. Aber so rumpf. Rumpf die ganze Route hier aus dem Halter. Guckst du nach hinten. Schnur abgerissen, alles. Ja, so, hä? Ja gut, ist ja die Meinung, Rütte juckt mich ja nicht. Das Problem ist, ich habe ja vorher meinen Bobblader bei ihm rangehängt. Nein, mega stark. Echt gut, sauber. Aber du jetzt, ohne Scheiß, jetzt ist die Prank-Season eröffnet. Hier, jetzt. Boah, Jungs, jetzt ist es noch dunkler geworden, ne? Ja. Ja, aber alles gut, ich habe ein neues Kameralicht. Boah. Was? Das ist ja krank. Ja. Wird immer nicht. Boah, ist glaube ich echt alles für weiß Fisch. Wird ziemlich abgelenkt. Habt ihr ihn einfach mal eine halbe Minute stehen lassen in Wobblern, dann hat sich die Güster hier oder was das ist. Jedenfalls ein Riesenvieh. Boah, jetzt mach schnell die Mückenkaballe. Haha, traf. Zzzzzzzz. Das ist doch mal ein schöner Wasch. Wir haben eine ganze Zeit mit Gummi gefischt. Jetzt ein Wobbler drauf gemacht. Und da hängt auch schon ein schöner Wasch. So, wir wissen. Das ist doch mal ein schöner Wasch. Da hängt auch schon ein bisschen an. Ich bin ein erster Trupp, ey, ich bin ein erster Trupp. Ich bin ein erster Trupp. Schöner Hecht draufgegangen. Du hast deine Box nicht und du willst auch nicht Alarm geben, das wäre lustig. Ich bin ein erster Trupp. Ich bin ein erster Trupp. Ich weiß nicht, wo du ihn gesagt hast. Ich bin ein erster Trupp. 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 Ich mach das Ding nicht auf, das ist nicht meine. Meinst du nicht? Nein. Ich bin ein erster Trupp. Ich bin ein erster Trupp. Ich bin ein erster Trupp. Janik? Das kannst du schön wieder auspacken. Oh Finn, jetzt lass die Kamera aus. Fing! Fing lustig. Wir wollen gleich los zu ihr. Jetzt mach die Scheiße aus. Leute, ein schöner Hecht. Davor hier sind jetzt so ein Güsterschwarmes hier. Und ich habe jetzt mit so einem ganz kleinen Gummifisch hier durchgezogen. Und da ist vorhin eine Güster rauf geschossen. Und dann hole ich die Güster rein. Und dann knackt dieser Hecht, tippe ich mal rauf. Komplett zerstört die Güster am Schwanz. Petri, geil. Ja, Petri, geil, dank. Schön, Friede. Das könnte eine gute Kirsche sein. Ja, weiß nicht. Kann das sein, dass du nur quer stand? Oh, das könnte ein schöner Barscher. Geh ganz ruhig, ganz ruhig, entspann dich. Ja, ich bin... Da ist die Kirsche, die wir brauchen. Ah ne, ist ein Hecht. Scheiße. 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 Oh, Mann. Na, egal. Hecht, das Hecht nimmt man noch mit. Durchschlagen. Hatsch, hatsch. Sauber hier aber. So. Die ganzen Lücken. Leute, hier ist gerade harte Toprotter Action. Ich glaube, ich mache jetzt auch mal schnell einen Popper rauf. Weil irgendwie die Jungs hier jeden Wurf einen dicken Toprotter... Die sind dick, aber ein paar Toprotter Fische fangen ein Toprotter. Oh, da ist ja nur geil. Deswegen Attacke jetzt. So. Ist das tiefsteht? Ja. Ich bin... 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 Frasche gefangen. Die Jungs sind da immer noch an Angeln. Es war super cool. Ich denke, als Wochenfazit, wir sind jetzt fertig, oder heute war der letzte Tag, den wir gefischt haben. Kann man sagen, das ist ziemlich, ziemlich geil hier waren. Wir wurden gut ausgestattet. Haben hier eine gute Unterkunft bekommen. Ein Boot haben wir, ein Boot, was fährt. Wir haben einen schönen Außenwohner gehabt. Wir haben E-Motor. Der lief auch sehr gut. Ich weiß gar nicht, was ist überhaupt. Grau well Lief auf jeden Fall sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe echt am Anfang gedacht, hm. Aber jetzt so über die Woche... sagen, war das echt Luxus mit so einem E-Motor und der hat sich echt gut getan. Batterie hat gut durchgehalten und der Trip war allgemein super, super cool. Also hier am Rätsel sind echt tolle Fische. Wir hatten den einen oder anderen dicken Fisch, schöne dicke Barsche. Yannick hat einen dicken Barsch gefangen, wo die Windaufnahmen, oder die Tonaufnahmen leider nicht so gut waren, wo viel Wind drauf war, aber der Barsch war wie gesagt draußen. Jojo hat einen dicken, dicken Barsch verloren. Ich muss sagen, ich habe diese Woche eher so ein bisschen gefilmt. Ich habe schon geangelt, aber irgendwie bin ich nicht so gut gefangen wie die anderen. Trotzdem hatte ich sehr viel Spaß. Ich habe noch eine neue Route zugelegt für einen Trip extra und mit der hat das echt Spaß gebracht, weil das so ein Mittending ist zwischen einer leichten Route, also eine leichte Spitze und trotzdem noch ein schönes Wurfgewicht, wenn man da einen Gummifisch mal anmachen möchte am Barschberg oder so. Also das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gebracht. Kann ich gut empfehlen, dass man nochmal für einen Trip, wenn man hier irgendwie tiefere Gewässer abfischt, mal irgendwie Kanten oder so, dass man so ein Mittending zwischen weicher Route und harter Route findet. Abschließend ein Besuch wert der Rezi hier und als Adresse kann ich euch natürlich nur die von Markus empfehlen, weil wir hier bestens ausgestattet wurden für die Woche. Und ich muss echt sagen, Tiefenkarte, alles bekommen, allerbest. Adresse packe ich euch mal unten in die Beschreibung bzw. den Link zur Website. Karten, Angelkarten könnt ihr auch im Internet bestellen, die bezahlt ihr dann über Paypal und könnt euch direkt die ausdrucken. Ja, in diesem Sinne, Jungs, sagt Tschüss zu den Leuten. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Freunde. Hey, Jojo. Ja. Was ist los? Siehst du Jannik demnächst irgendwann? Möglich. Warum? Ich habe doch seine Box kaputt gemacht im Urlaub. Die Aufkleber sind alle ab nach dem Prank. Weiß ich. Ich bin ja kein Unmensch, ne? Ich habe neue Aufkleber besorgt. Das ist aber nett. Das ist aber nett. Soll ich die ihm jetzt geben, oder was? Jo, bring' ich ihm die mal, demnächst. Drugs and Fishing. Nummer eins. Ja, Double Hell besser mäßig. Sex, Drugs and Fishing. Ja. Möge der Fisch mit dir sein. Ja. Und natürlich auch mit Jannik. Gib' ihm die mal bitte und sag' ihm, es tut mir leid, ich wollte seine Box nicht kaputt machen. Das mach' ich. Geile Aufkleber, ne? Ja, sind cool. My Fishing Box. My Fishing Box. So. Das war's mit dem Video, Leute. Haut rein. Ab an Reze. Ciao. Bleibt dem Reze treu.